Musik Die Musik von Martin Kolbe und Ralf Illenberger hat unzählige Gitarristen beeinflusst, auch mich vor 30 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass ich im Acoustic Player 3 2012 die Musik im Workshop Guitar Hero vorstellen darf. Wer also Interesse hat an der Musik von Martin Kolbe und Ralf Illenberger, dem sei dieser Workshop herzlich empfohlen.